Hallo hier bei Let's Play Fuck This Game. Gucken wir mal, was das ist. Press H3, also H. Das ist irgendwie so ein komisches Ich. Es hörte sich einfach nur interessanter an, Fuck This Game. Egal. H. Man muss also da rüberhüpfen. Das ist jetzt nicht gerade ein Spiel, wo ich sowas sagen würde, wie der Titel heißt. Ich bin ein Klotz, der über Dinge hüpft. Kommt mir bekannt vor. Ein Freund macht sowas täglich. Ah, geil. H. Ich press H. Ich press H. 200 Punkte. Oh, was ist das? Press T. Ah, ich darf nicht auf diese Kreuze fahren. Und dann? Ah, ich glaube, jetzt verstehe ich den Sinn des Spiels. Das Merle. Ah. Oh, ich drücke irgendwie alles durcheinander. Ja, aber noch geht's. Also mit... Noch geht's. Krieg ich wohl noch hin. Oh. Jetzt hab ich kurz nicht hingekommen. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Oh, das war knapp. Schutt. F. Wo ist F? Hier. Okay, langsam wird's knifflig. Ich drücke jetzt einfach mal was. Ah, der muss weg. Der muss weg. Der muss hüpfen. Ähm. Ja. Also, ich krieg's immer noch hin. Noch ist es nicht unmöglich. Noch. Geht's noch. Oh, mansch. Press Y. Wo ist Y? Hier. Ach, das ist Snake. Ähm, das ist natürlich... Snake, ist das ein Copyright? Na, egal. F ist doch... H, Y. Scheiße. Das ist ganz schön schwer. Aber... Es geht noch einigermaßen. Oh, jetzt hab ich da auch einen Punkt. Catch. Was muss ich da machen? Press V. Das ist da. Ach, da muss man diese... Boah. Äh, das ist ganz schön schwer. Ah, fuck das Game. Nein, jetzt, jetzt, ich guck... Meistens guck ich auf dieses... Ich sage später, worauf ich geguckt hab. Worauf guckt ihr? Auf welchem Bildschirm guckt ihr am meisten? Jetzt ganz ehrlich. Ich weiß es. Auf wen... Ich... Nein, ich in die Bombe fahren. Nein, das ist nicht der Bildschirm, auf den ich anders gucke. V. Ah, nein. Hüpf-Split. Blast-Bouncing-Boats. Er... Er ist doch neben T. Aha. Ich drück jetzt einfach hier ein paar Knöpfe. Oh Gott, das ist so eine schwache Spielidee, würde ich mal sagen. Aber, es hat ja auch seinen Sinn. Also, wo hab ich eigentlich am meisten Punkte? Ja, bei den Wiedern dann da hin. Ah, T ist auch noch irgendwas, glaub ich. Ah, T ist das Auto da vorne. Oh, noch eins. Hüpf-Split-Punching. Press-B to push. B ist neben C. Wie soll ich... Oh, das ist... Das ist amazing. Ich kann's nicht glauben. Oh, da oben bei R, da geht ja die Pots ab. Ich weiß eigentlich nicht, was ich hier drücke. Ich drück hier einfach irgendwie... ...alle Tasten, die da so stehen. B habe ich lange nicht mehr gedrückt. Ach, du heiliger Bimbo. Ähm. Bam. Bam Bam. Bounce. Push-Persons. Pelz. N. N ist da ganz unten. So viele Finger habe ich gar nicht. Ah, das ist ganz, ganz groß. Jetzt hab ich den gerade verfehlt. Das ist... Das ist der Wahnsinn. Das ist... Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier drücke. Ich drücke einfach nur irgendwas. Da drücke ich einfach B. B. Ich weiß echt nicht, wie das funktionieren soll. Äh, ich weiß nicht, worauf ich gucken soll. Ich gucke im Moment... Das war's? Das war's. Ja, also ich muss sagen, das war am Ende einfach nur nervenzerreißend. Ich hab da einfach nur irgendwas gedrückt. Aber ehrlich, fuck this game.